Die digitale Vermittlung im Museum nachhaltig stärken, das ist das Ziel von Museum 4.0. Wie gelingt es, dass 27 Teilprojekte unterschiedlichster Institutionen in Deutschland zusammenarbeiten, sodass die ganze deutsche Museumslandschaft langfristig profitiert? Das Verbundprojekt Museum 4.0 ist ein deutschlandweites Projekt für digitale Vermittlung in der Museumslandschaft. In den letzten Jahren ist es auf 27 Teilprojekte angewachsen. Diese Projekte verwirklichen nicht nur ihre eigenen Applikationen, sondern tauschen sich währenddessen aus, dass die gesamte Kulturerbelandschaft erfährt, worum es hier geht und welches Wissen hier akquiriert wird und dass sie das am Ende auch nutzen können für ihre eigene Arbeit. Wir wollen möglichst in der Breite gerade auch kleinere Häuser unterstützen, niederschwellige, zeitgemäße digitale Zugänge zu unserem Kulturerbe zu schaffen. Museum 4.0 heißt, digitale Vermittlung gemeinsam im Verbund für alle. Das Projekt, was das Ganze koordiniert, das ist das Team Z, die Zentrale Wissenschaftliche Projektsteuerung. Die sitzt bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Team Z übernimmt im Verbund drei wichtige Aufgaben. Administration, Vernetzung und Kommunikation. Die administrative Steuerung sichert die organisatorischen Rahmenbedingungen des Verbundes und dokumentiert die Fortschritte und Ergebnisse. Zur Vernetzung organisiert Team Z interne und externe Veranstaltungen wie Konferenzen, Werkschauen oder die Reihe Museum 4.0 Impulse. Expertinnen geben hier ihr Wissen im Verbund und darüber hinaus weiter. Ziel ist es, durch kollegialen Austausch Wissen und Erfahrungen zu teilen und so die digitale Vermittlung gemeinsam voranzutreiben. Zudem ist Team Z verantwortlich für die verbundübergreifende Kommunikation. Über www.museum4.0.de, auf Twitter, Instagram, Facebook und über das B2B-Netzwerk LinkedIn berichtet Team Z laufend über die Arbeit der Teilprojekte und über Aktuelles aus dem Verbund. Am wichtigsten, Team Z bereitet die Ergebnisse der Teilprojekte auf und stellt sie zur freien Nachnutzung bereit. Team Z fördert die Zusammenarbeit, den Austausch und die Weitergabe von Kompetenz und Projektergebnissen als zentrale Stärke des Verbundes. Für die Zukunft der digitalen Vermittlung in der gesamten Museumswelt in Deutschland.